Am Ende schreibst du allein den Prompt deines Lebens. Im Alltag helfen neue KI-Programme, auch die zur Bildbearbeitung wie Adobe, Dali, Bing oder Midjourney. Die Oberflächen brillieren und Künstler hätten früher Tage und Wochen dafür gebraucht. Aber genau wie bei textbasierten KIs à la ChatGPT stoßen wir unter der glänzenden Verpackung bald schon auf völlig mittelmäßige, nach Schema ablaufende Geschichten. Die aber werden immer mehr und mehr und fluten unser Bewusstsein, weil es immer leichter wird, sie herzustellen. Jeder kann das, der den richtigen Prompt findet. Und für Mittelmaß findet sich immer ein Prompt. Es wird die Zeit kommen, in der das Coolste die Reduktion auf das Wenige sein wird, die Konzentration auf die Essenz und gar nicht so glänzend. Und diese Essenz zu erkennen bedeutet, selber denken, selber handeln und selber leben zu müssen.